Herzlich Willkommen zurück hier in Minecraft bei den Abenteuern von Milkmaier Wir brauchen davon ein und mehr auch gar nicht Wir brauchen davon aber zwei das heißt wir brauchen noch einen Wissfilter Ein Wissfilter baut man indem wir Silberholz benutzen Das heißt wir nochmal runter Einen hier rein, einen davon daneben Oh das ist schon teurer Schonmal einen davon Wir brauchen insgesamt zwei davon und nochmal zwei Also brauchen wir noch drei von den Wissfiltern Dann brauchen wir Gold Huiuiuiui Gold Und wir brauchen denn das Silberholz Und wieder hoch Mal reingucken Das heißt wir brauchen davon drei Stücke Also wir müssen zweimal das herstellen Gold, Gold Davon zwei Pion, Pion Dann haben wir vier Stück davon Es wird auch schon wieder weniger Ordnung Am Ordnung haben wir genug Möglichkeiten das mehr aufzuladen Alles Wir brauchen jetzt davon Einen einfach Und einen davon Sonst egal wie man die anordnet So Und jetzt brauchen wir ja Die magische Konstrukt Davon brauchen wir einen Also ich glaube wir brauchen dann zwei Stück davon aber auch Also wir brauchen jetzt einmal zwei davon Kling Kling Zwei davon Ja ja rum Was fehlt hier jetzt noch? Ein Großholz Hatten wir auch besorgt Hatten wir auch besorgt Ne Das war's nicht Das war's nicht War ich jetzt falsch gemacht? Das ist hier Wann rühren Wann rühren das jetzt? Bissfilter, Sairnröhren, Sairventil, das ist einmal Röhren nicht, es sind keine Ventile, daran scheitert das. Sairventil, da braucht man einfach Ebel. Ebel, da braucht man noch ein Ebel. Einfach aus dem Stock und einem Stein. Das muss man natürlich wieder rausnehmen. Und jetzt fehlt uns wieder Ordnung. Das heißt, wir müssen mal ganz schnell einen Wegpunkt auch so und nehmen einfach den mit viel Ordnung. Ziehen einfach mal eben uns wieder voll mit Ordnung. Dann brauchen wir aber eigentlich auch wieder Wasser. Deswegen werden wir es noch mal hier hin teleportieren und auch noch mal ein wenig Wasser mitnehmen. Wo war das jetzt? Da. Und noch mal wieder Wasser voll machen. So. Und dann werden wir wieder zurück nach Hause gehen. So. Ich weiß gar nicht, ob wir es diese Folge schon schaffen werden mit einer automatischen Alchemie. Wir werden mal gucken. So. Jetzt haben wir diese zwei Röhren. Jetzt probieren wir es noch mal. Also Ventils sind so sehr. So. Und so. Und jetzt aber. Und jetzt haben wir schon mal ein Konstrukt. Da man ja aber zwei braucht. Dann lassen wir noch. Dann lassen wir noch einen zweiten herstellen. Das heißt, wir brauchen wieder Ventile. Auch die normalen. Da habe ich zu wenig von. und wieder zweimal das Ventil. Und dann brauchten wir noch. Und dann brauchten wir noch. Zweimal. Das ist ein anderes Ding. Dafür brauchten wir noch Silberholz. Das ist so angeordnet. Die Ventile. Das drumherum. Und ein Großholz in die Mitte. Jetzt brauchen wir noch einen Tiegel. Die magischen Konstrukte darüber. Ach ne gar nicht warm. Das muss man gar nicht. Ich glaube. Jetzt brauchen wir wieder Ordnung. Und Wasser vor allem. Das heißt, wir müssen noch mal wieder los. Das muss man hier hin. Das machen wir hier hin. Dann machen wir noch Ordnung. Das reicht glaube ich sogar schon. Das reicht glaube ich sogar schon. Das reicht glaube ich sogar schon. Jetzt bräuchten wir vor allem mehr Platz. Jetzt bräuchten wir vor allem mehr Platz. Jetzt bräuchten wir hier hin. Dann bräuchten wir die Schüssel. Jetzt bräuchten wir die Schüssel. So, der sollte doch reiten. So, jetzt haben wir es auch schön geleuchtet. Und jetzt nehmen wir nämlich einfach mal... Ich brauche aber eine Feuerquelle, hat er gesagt. Dann müssen wir nachher noch eine Feuerquelle bauen. Wir stellen jetzt einfach mal... den hier hin. Das hier hin, das da hin. Und jetzt brauchen wir einen Zauberstab, wo wir 30 von jedem drin haben. Machen wir Rechtsklick drauf und haben unsere automatische Alchemie. Das heißt, wenn wir jetzt... Zum Beispiel... Feuerzeug nehmen. Nehmen wir einfach mal Großholz. Das ist auch rein. Und dann unser Feuerzeug. Jetzt haben wir schon Gold rein. Ne, wir wollen... Wir wollen... Was wollen wir denn? Wir wollen... Erstmal wieder unser Buch in die Hand nehmen. Einen magischen Golem haben. Das heißt, wir bräuchten Stroh. Hier kriegt man Stroh. Stroh. Aber wir brauchen Weizen. Na, dann müssen wir nochmal in die Stadt gehen. Gehen wir nochmal in die Stadt. Wir haben schon wieder Hunger. Wir brauchen noch was zu essen. Uns raus holen. Schwer dunkel draußen. Ja, wir haben noch ein Schlafenfeuer. Und jetzt fliegen wir nochmal hier eben hin. Wir brauchen die Leitschaft und uns ein bisschen Weizen. Leider noch nicht reif. Das reicht nicht. Also wir brauchen neun. Hier haben wir noch was. Hier. Das reicht ja uns auch schon wieder. Und zurück kommen wir ganz schnell wieder. Also wir brauchen jetzt einen Strohballen. Und den Strohballen können wir jetzt hier reintun. Dann können wir sagen, wir wollen das. Jetzt bräuchten wir halt diese Essenzen in einem Glas. Und dann brauchen wir noch diese Pferenzialröhren. Pferenzialröhren. Das müssen wir nochmal hier an. Und hier. Das heißt, wir brauchen Mensch. Etwas, was wo Menschen drin sind. Etwas, was wo Menschen drin sind. Wo sind denn Menschen drin? Was kann ich denn mal verbrennen, um Menschen zu kriegen? Eine sehr gute Frage. Muss ich mir erst mal schlau machen. Bewegung. Könnte ich glaube ich eine Tür machen, wenn mich nicht alles täuscht. Eine Tür könnte ich dafür machen. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch noch drei davon. Das heißt, wir müssen erstmal hier mal einen ausfüllen. Also wir brauchen noch zwei davon, damit wir nämlich drei Sachen gleich da reinbekommen. Oh, oh, oh. Ich glaube, es wird wieder Zeit. Sozusagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.